Bad Hügelsdorf Demo Am heutigen Tag soll das um die zwei Add-on Bad Hügelsdorf 2020 erscheinen. Viele Menschen haben sich das Ziel gesetzt, den Publisher davon zu hindern, das Add-on pünktlich zu releasen. Da diese Demonstration von der Polizei genehmigt wurde und um die VBWH etwas zu entlasten, hat Eurobus Einstatteservice zwischen Hauptbahnhof und Altstadtforum eingerichtet. So, moinzen Freunde der Simulation, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Omni 2, der Omnibus Simulator mit der Krono-Serie. Willkommen zurück von der Karte Bad Hügelsdorf 2020. Heute, wie auch im Free-End-Toast, das ist schon gesagt, am Releasetag, zumindest ingame, in echt. Man hört es schon. Gibt einen Shuttleficker, was die Eurobus-Unterstützung der VBWH eingerichtet hat. Ja, sieht man hier eindeutig. Genau, wo ist dein Motor? Ja, da schadet es in der Monitor. Ja, gut, das ist, komm mal. Gut, ähm, ja, melden wir uns mal an, wir haben die Personalnummer 2105, 2, mit dem PIN-Code 15067. Besonderer zieht, eins. Was passiert da? Ich hab keinen Plan. Leerfahrt, VBH, nein. Danke für den Leck. Ziel, was wissen wir da noch? Die 2? Btpshof-VB, nein. Btpshof-Europus, nein, ehm, auch nicht. Wir fahren erstmal Betriebsfahrt. Nein. Eurobus, ihr das fast. Gut. Aber wir haben jetzt doch hier die um 50. Die fährt. Ah, meinetwegen die Kurs. Alter Bahnhof, Altstadt, oh. Äh, DB, Schattenverkehr, Hauptbahnhof, wie, wo, bitte, wat? Irgendwas stimmt da jetzt nicht. DB. Ach. Mir soll's recht sein. Hallo. Hallo. Kanuka. Hallo. Ein Erwachsener, bitte. Ein Erwachsener, bitte. Ein Erwachsener, bitte. Ich mag sogar eine 3, ähm, der fragt dann 7. Vielen Dank. Gerne. Jetzt gerne ein Touristenticket. Touristenticket. Nicht, nicht. Vielen Dank. Gerne. Hallö, hallo, hallo, schön. Kann doch gar. Hallo. In dieser wunderschönen Stadt haben Sie ein Touristenticket, oder? Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Hallo. Hallo. Bitte ein Touristenticket. Hallo. Ein Touristenticket. Vielen Dank. Hallo. Hi. Moin, moin, moin. Hi. Guten Tag. Hallo. 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 Hi. Hallo. Moin. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hi. Ja, wie geht denn so? ein normal 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 nochmal normal ja ist ja gut da vorne dann bitte informiert uns sofort ja weiterzeit nicht wo lang ich habe schon hinbekommen ja da bin ich glaube ich bis reingefahren kann mal passieren einen Moment und komm wo ist wo haben wir stände was alles klar da war ich genug zeit um mich ja so über kurz also da sind wir schon mal an der richtigen stelle perfekt aber ist auch noch aktiv wach ne ja so ab die post die dost ja aber wenn ich bitte gerade aus ich glaube ob m ich war es hat aber der gleiche Buchspur davon alles ist verkaufbar ich muss ja rechts 9 10 10 11 12 15 16 Vielen Dank. 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 Danke. So, weiter geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben am Bussteig 5, also da. Wir haben am Bussteig 5, also da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim... Das nächste Mal wieder, ne? Bis denne. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.